Musik Noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer, ab! Das war der Start zum Grauer Publikums Doppelsalki Challenge. Um das Kommando bemüht von außen kommend Westerbo Scharp mit Harald Sikora und Magistra Christa Ortmeier. Tester Rossa ist hier im Vordertreff an zweiter Position mit Mario Zanderig und Margarete Koller, gefolgt von Roadrunner Josef Gruber Junior und Elfriede Wöber. Westerbo Scharp, der hat gleich sehr schnell begonnen, hat einen Vorteil von etwa zwei Längen auf Tester Rossa. Drei Längen zurückliegen, Roadrunner gefolgt von Herr Kaiser. Außen sieht man Selin Jordal, Kentucky Mo und dann Valentino Rossi sowie Wall Street S und Prince Pride. Westerbo Scharp hat das Tempo ein wenig herausgenommen an der Spitze mit Harald Sikora und Magistra Christa Ortmeier. Dahinter liegen Tester Rossa mit Mario Zanderig und Margarete Koller, gefolgt von Roadrunner. An der Innenseite liegt Herr Kaiser, dann sieht man außen erstes Pferd in zweiter Spur. Dies ist Selin Jordal. Der letzte Stadionbogen ist angesteuert, weiterhin unter der Führung von Westerbo Scharp mit Harald Sikora, gefolgt von Tester Rossa. Roadrunner, außen sieht man Selin Jordal. Innen liegt hier Herr Kaiser, dann Valentino Rossi, Prince Pride Wall Street S und zuvor auch noch Ken Takimo. Die Gegenseite ist erreicht unter der Führung von Westerbo Scharp. Der hat wieder einen Gang höher geschalten. Tester Rossa liegt hier dahinter, gefolgt von Roadrunner. Tester Rossa attackiert als erstes. Tester Rossa mit Mario Zanderigo und Margarete Koller attackieren hier Westerbo Scharp. Mitte der Gegenseite. Dann setzt auch Roadrunner hier gut nach, so auch Selin Jordal und Herr Kaiser. Tester Rossa zog gleich Eingangs des Schlussbogens hier mit Programm Nummer 9 Westerbo Scharp und geht nun auch vorbei. Tester Rossa mit Mario Zanderigo und Margarete Koller übernehmen nun die Führung. Selin Jordal setzt hier nach, so geht es auf die Endgerade. Tester Rossa mit Mario Zanderigo und Margarete Koller haben einen Vorteil von etwa drei Längen auf die Konkurrenz. Valentino Rossi hat hier eine Lage gefunden und kommt hier äußerst flott auf den letzten Metern. Valentino Rossi, Josef Breinig Junior gehen hier vorbei und Rechard Gardner, Valentino Rossi auf den letzten Metern, löst sich und gewinnt hier überlegen Valentino Rossi vor Herr Kaiser und Tester Rossa. Vielen Dank.